Finanzminister Christian Lindner kündigt eine schnelle Erleichterung der Steuererklärung an. Der FDP-Chef sagt, die Steuererklärung müsse einfach werden. Das bedeutet beispielsweise, dass Daten, die die Behörden bereits haben, vorab ausgefüllt werden. Der Vorstoß ist auch Teil des Koalitionsvertrages. Eine vorausgefüllte Steuererklärung soll die steuerlichen Pflichten erleichtern. Ziel ist es, die Steuerpflichten komplett digital zu machen. Ziel ist es, die Steuererklärung zu machen.